Yeah, diesmal kein Star Wars. Prometheus, Konstrukteure und ein Buch, das dem Film echt viel Sinn gibt? Moin Leute, ich bin der Denglischer. Heute gibt es eine Übersetzung von einem weiteren Video von dem YouTuber Croft. Über Prometheus und ganz viele Sachen, die im Skript versteckt sind. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo oder auch ein Like da lasst. Und auch vielleicht einen Kommentar. Viel Spaß! Ach ja, und es gibt eine organisatorische Änderung, denn das Review-Video wird ab jetzt in einem separaten Video veröffentlicht. Dann viel Spaß 2.0! Hallo Leute, Croft ist hier mit einem weiteren Video. Ich habe kürzlich das Skript für den Film Prometheus gelesen und fand viele interessante Details, die ich mit euch teilen wollte. Das Skript ist mehr oder weniger das gleiche wie der Film, jedoch werden viele Szenen und Dialoge erweitert und tonnenweise neue Informationen über die Konstrukteure, ihren Ursprung und ihre Heimatwelt enthüllt. Warum sie den Menschen erschaffen haben und auch über die Natur und den wahren Zweck des Black Goo. Das Drehbuch umfasst mehr als 150 Seiten, daher werde ich nur die Dinge durchgehen, die nicht im Film enthalten sind. Und davon gibt es viele. Deshalb ist das Video ziemlich lang, aber es lohnt sich wirklich. Da bekommen wir im Grunde endlich auf alles Antworten. Darüber hinaus werden alle Dialoge und Texte der Konstrukteure übersetzt, sodass wir ein klares Verständnis der Dinge erhalten, ohne zu viel theoretisieren zu müssen. Es ist eigentlich überraschend, dass ich keine Videos über das Drehbuch gesehen habe, da es so viele Einblicke in den Film gibt und einige kleine Lücken in der Handlung wirklich füllt. Es war auch ziemlich schwer, dieses Skript zu finden, wahrscheinlich weil es von 20th Century Fox veröffentlicht wurde, dann aber aus einigen Gründen entfernt wurde. Das Skript wurde von Damon Lindelof geschrieben und der erwachte Konstrukteur wird in Gesprächen als letzter Konstrukteur bezeichnet. Es ist somit ziemlich sicher, dass es gar keine Konstrukteure mehr gibt. Was tatsächlich bestätigt, dass die Wesen auf dem Planeten 4 eine andere Rasse waren, die von den Konstrukteuren erschaffen wurde. Beginnen wir mit der erweiterten Öffnungsszene, in der ein Gespräch zwischen zwei Konstrukteuren stattfindet. Die beiden Konstrukteure gehen hintereinander neben dem Fluss. Sie drehen sich um und sehen sich an. Der am nächsten Gelegene zum Fluss hat ein junges, majestätisch reinweißes Gesicht und schwarze Augen. Der andere ist hunderte tausende von Jahren älter, das zeigt sich an der alten, faltig dünnen, fast holzähnlichen Haut. Der Älteste holt eine Kiste in schlichtem, aber komplexem Design, kniet auf den Felsen heraus und hält die Kiste hoch. Der Älteste sagt, nimm dies, das ist das Blut unseres Herrn, denn wir können es nicht erschaffen, denn diese Gabe wurde uns vor langer Zeit genommen. Wie immer werden wir unsere Versuche fortsetzen, ein perfektes Eden zu kreieren, ähnlich dem unseren. Du, der Auserwählte, wirst es nach deinem Bilde erschaffen. Lass deinen Körper zur Erde werden, dein Blut zum Wasser und möge deine Seele zu uns zurückkehren. Der ältere Konstrukteur geht weg und geht den Steg hinauf in dieses riesige Raumschiff. Der zurückgebliebene Konstrukteur öffnet die Schachtel und nimmt einen kleinen, versiegelten Becher heraus. Öffnet das Siegel und enthüllt darin eine goldene Substanz. In diesem Dialog werden viele interessante Details angesprochen. Zuerst haben wir erfahren, dass die Substanz in dem versiegelten Becher das Blut ihres Herrn ist, was mich wirklich faszinierte, als ich es zum ersten Mal las. Ich würde nicht sagen, dass die Substanz im Film vollständig Gold ist, aber es hat sicherlich einige goldene Nuancen. Aber vor allem erhalten wir die Bestätigung, dass es sich nicht um das Black Rue handelt. Eine andere Sache ist, dass der Älteste tausendlich von Jahren alt ist. Alle diese neuen Elemente werden später im Skript angesprochen, also werden wir uns das später ansehen. Das nächste entscheidende Detail sind die Schriftzeichen der Tür zu dem Raum mit den Pathogenbehältern. Zum Glück kann David es übersetzen. David liest in der Sprache der Konstrukteure. Nur der Auserwählte darf passieren. Dies ist heiliger Boden und muss heilig gehalten werden. Wenn du es wagst, den heiligen Boden zu betreten, musst du bestraft werden. Dies ist der Geburtsort unseres Herrn und kein Wesen ist würdig. Dann fragt die Crew David, was es bedeutet und er antwortet, dass sie einfach nicht hineingehen dürfen. Später im Skript öffnet er jedoch die Tür, trotz der Warnung, die zum Tod aller Menschen führt. Nachdem die Tür offen ist, erkundet die Besatzung die Statue des Kopfes und verschiedene Malereien an den Wänden, die im Skript explizit erläutert werden. Sean Holloway steht auf und schaut verwundert auf die Kopfstatue. David bleibt stehen und beleuchtet die Malereien an der Decke. Das Wandbild zeigt eine Kreatur, die aus einem Konstrukteur kommt. Der Konstrukteur auf dem Wandgemälde sieht identisch mit der Gestalt vom Kopfdenkmal aus. David schaut auf die Schriftzeichen, die auf dem Kopfdenkmal geschrieben sind und David spricht die Sprache leise und ungehört aus. Unser Auserwählter, der Auserwählte, der unseren Herrn geschaffen hat. Dies ist seine Ruhestätte und unser Versuch, das Blut unseres Herrn wiederzubeleben. Holloway kommt zur Rückseite des Denkmals und beleuchtet ein weiteres Wandbild, das an der Wand eingebettet ist. Das fremde Wesen hat, anders als jeder Konstrukteur auf dem Wandgemälde, seine Arme zu einem Kreuz gemacht. Um das Wandbild herum befindet sich ein Bild eines Konstrukteurs, der von einer unangenehmen aussehenden Kreatur, die wie ein Oktopus aussieht, angegriffen und befallen wird. Das Wesen mit ausgestreckten Armen ist eine zweibeinige, spitzköpfige Kreatur, der erste Deacon. David kommt an der Seite von Holloway an und betrachtet dieses Wandbild. Er geht darauf zu und liest die Sprache der Konstrukteure. Es gibt keinen Untertitel. David sagt in der Sprache der Konstrukteure, unser Herr kam vom Auserwählten in der Zeit, als unsere Vorfahren das Leben gebaren. Sein heiliges Gut war unsere Erlösung. Sein heiliges Gut durch unsere Lippen gebar das Leben auf anderen Welten. Holloway fragt, was denkst du es in diesen Urnen oder Vasen, was auch immer sie sind? David sagt, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der Humaniid, der angegriffen wurde, dieses Wesen geboren hat und ihre Konstrukteure es vererbten. Ich glaube, dass das, was sich in diesen Kapseln befindet, eine Art Experiment sein könnte. Da meine Übersetzung korrekt ist, haben sie versucht, das Blut dieses Wesens, das sie vererbten, wiederherzustellen. Okay, hier gibt es viele eher verrückte Sachen zu diskutieren. Zunächst kam der Herr, der Konstrukteure von dem Auserwählten, der sich selbst opferte und das Schädeldenkmal wurde in seinen Namen errichtet. Von dem, was ich an dieser Stelle mitbekommen habe, ist ihr Herr in Form eines Kruzifixes auf dem Wandbild dargestellt und es ist der erste Deacon. Es ist jedoch nicht derselbe Deacon, den wir am Ende des Films sehen und ich werde gleich erklären, warum. Ändern wir uns, was der ältere Konstrukteur am Anfang gesagt hat. Wir können es nicht erschaffen, denn diese Gabe wurde uns vor langer Zeit genommen. Wie immer werden wir unsere Versuche fortsetzen, ein perfektes Eden zu kreieren, ähnlich dem unseren. Das Geschenk, über das er spricht, ist die Fähigkeit, neues Leben zu erschaffen oder sich zu reproduzieren. Das heilige Blut war also ihre Erlösung, wie es im Skript heißt. Offenbar hatte das Blut ihres Herrn einzigartige und außergewöhnliche Eigenschaften, die es erlaubten, einfache Zellen zu bilden, die sich schließlich zu komplexen Organismen weiterentwickeln konnten. Trotz der Tatsache, dass ein Konstrukteur tausende von Jahren leben konnte, starben sie langsam aus und ihre einzige Möglichkeit, das Ausstellen zu verhindern, bestand darin, das Leben auf anderen Planeten mit dem Blut des ersten Deacons zu säen. Sie reisten durch den Weltraum und säten Planeten mit dem Leben, um ihre Heimatwelt neu zu erschaffen, aber das Blut des ersten Deacons ging aus. Aus diesem Grund begangen die Konstrukteure mit Experimenten, um es zu synthetisieren und als Ergebnis hatten sie das Black Goo oder den Erreger. Als David eine der Ampolen zum Schiff zurückbringt, spricht er im Traum mit Wayland. Es scheint, dass diese Wesen bis zu 300.000 Jahre leben können. Früher waren sie in der Lage, sich für die Menschen zu paaren, aber irgendwo in ihrer späten Geschichte entwickeln sie sich und verloren ihre Fähigkeit, sich zu paaren und sich zu reproduzieren, aber vorher fanden sie eine Kreatur, die eine von ihnen mit einem fremden Körper verbannt. Eine andere Kreatur kam von ihm. Sie nannten es den ersten Deacon und beteten es an. Nach dessen Tod benutzten sie sein Blut, um den Samen des Lebens auf anderen Welten zu pflanzen. Das Blut ging natürlich aus, aber sie versuchten den Gamepool dieses Deacon-Bluts wiederherzustellen, aber stattdessen schufen sie etwas anderes. Das ist es, was ich mitgebracht habe, Sir. David spricht offensichtlich von der Urne, die die Black Goo Ampolen enthält. Viel später im Skript, als Wayland, David, Shaw und einige andere Crewmitglieder sich dem schlafenden Ingenieur näherten, erklärt David, dass die Konstrukteure ihr Potenzial für Waffen erkannten, obwohl das Black Goo der misslungene Versuch des Klonens des Blutes des ersten Dickens war. Ein paar Augenblicke später wacht der letzte Konstrukteur auf und erklärt, warum sie beschlossen haben, die Erde zu zerstören. Der Konstrukteur sagt, viele Welten wurden durch die Hand unserer Väter, durch das Blut unseres Herrn geschaffen. Eure war die einzige, die erfolgreich war, das Sternkind des Universums. Ihr seid das einzige Sternkind, das unserer Heimatwelt ähnelt. Dann fragt Shaw ihn, warum sie die Menschen hassen und der Ingenieur sagt folgendes. Wir haben euch dieses Gefühl gegeben. Wir haben euch alle Gefühle gegeben. Wir hatten eure Evolution nicht erwartet. Wir haben uns um euch gekümmert, euch Feuer gegeben, euch Gebäude gebaut. Wir haben euch Eden gegeben. Ihr habt uns angebetet. Wir haben unsere Schöpfen von Himmel aus gelobt. Wir haben gesehen, wie ihr euch immer wieder gegenseitig umgebracht habt. Kriege anfängt. Wir kamen zurück und retteten eure Seelen, aber ließen euch allein, dass ihr euer eigenes Schicksal schmiedet. Aber eure Art ist eine barbarische, gewalttätige Spezies. Wir haben noch einmal versucht, euch zu retten. Wir brachten ein Erdenkind zurück ins Paradies und bildeten es aus. Leerten es den Sinn des Lebens und der Schöpfung. Wir brachten ihn zurück nach Eden, um eure Art zu erziehen. Aber eure Art hat beschlossen, ihn zu bestrafen. Wir haben euch die Früchte des Lebens gegeben, aber ihr zahlt es uns zurück, indem ihr es verderbt. Du sprichst mit mir von Hass. Bereite dich auf Verzückung vor. In dieser Rede bestätigte der Konstrukteur ziemlich genau, was wir bereits aus einigen Interviews mit Ridley Scott wussten, dass sich die Konstrukteure aufgrund der barbarischen Natur der Menschen entschieden haben, die Erde zu zerstören. Der einzige Unterschied wäre, dass die Konstrukteure tatsächlich ein Menschenkind in ihrer Hämmerwelt das Paradies brachten und es dann zur Erde zurückbrachten, um die Menschheit auf den richtigen Weg zu führen. Natürlich ist dieses Kind Jesus, aber wir haben ihn gekreuzigt, was die Konstrukteure zu der endgültigen Entscheidung geführt hat, das Black-Gur als Waffe einzusetzen, um den Planeten zu säubern. Es ist wirklich interessant, dass sie das Blut des ersten Deakins benutzt haben, um Leben zu sehen. Aber der Deacon, der am Ende des Films geboren wurde, ist nicht derselbe Typ eines Deakins, da diese auf den Erreger zurückzuführen ist. Diese Kreatur ist eher das Gegenteil, denn durch den Versuch Leben künstlich zu erschaffen, endeten die Konstrukteure mit dem Black-Gur, buchstäblich das Gegenteil des Lebens, etwas das nur Tod und Zerstörung bringt. Darüber hinaus ist es wirklich ironisch, dass der letzte Konstrukteur ein Wirt für die tödliche Kreatur war, genau wie das Konstrukteuropfer, das den ersten Deacon geboren hat. Ich denke, das, was wir in diesem Skript erfahren haben, erklärt so ziemlich alle Fragen, die wir bezüglich des Black-Gur, der Wandmalereien, des Tempels und wie es in Bezug zu den Konstrukteuren steht, erklärt. Es ist ein bisschen komisch, dass alles im Skript so explizit erklärt wird, aber da es sich um einen Entwurf handelt, macht das irgendwie Sinn. Ich denke nicht, dass dieses Skript gefälscht ist, weil alle Erklärungen einfach zu viel Sinn ergeben und warum sollte jemand Dutzende Stunden damit verbringen, über 150 Seiten zu schreiben, nur um ein paar kleine zusätzliche Zeilen zu schreiben, die nicht im Film enthalten sind. Ich bin mir sicher, dass es sich um den eigentlichen Entwurf handelt, den die Produktionscrew für Prometheus verfasst hat. Es gibt viele andere interessante Details im Skript, über die ich wahrscheinlich in zukünftigen Videos sprechen werde, aber lasst jetzt erstmal eure Gedanken im Kommentarbereich ab. Habt ihr ähnliche Gedanken über das Black-Gur und die Konstrukteure gehabt? Lasst es mich unten wissen. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal für weitere Inhalte zu abonnieren. Ich heiße Croft und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.